Sehr schön. Das, wo ich daran arbeiten wollte jetzt, ist einerseits eben G. Das andere, was für deutsche Klientisten vor allem sehr wichtig ist, ist die Differenzierte Artikulation, Staccato, Legato, mit Akzenten, ohne Akzenten. Und das dritte ist eine grundsätzliche Frage. Natürlich ist es ein sehr bedrohes Stück, auch sehr bedrohes gespielt, aber es ist natürlich auch ein Tanz, und zwar ein Polaker.